Wenn Sie vorfahren, heißt es Strom sparen. Die Energiesparchecker aus Neumarkt in der Oberpfalz. Unterstützt wird Ihre Arbeit durch das Preisgeld von der Allianz Umweltstiftung. Überreicht und geknüpft an den Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2012 in der Kategorie Mittelstädte. Wir sind sehr froh, dass wir das Preisgeld bekommen haben. Dadurch können wir einen Serviceberater anstellen, der den Stromspartcheck bei bedürftigen Haushalten durchführen kann. Und somit Ihnen auch die Möglichkeit gegeben wird, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Robert Gmelch freut sich über den Besuch, denn die Stromspartchecker finden jeden Energiefresser, geben Tipps und bieten sofort Hilfen an. Energiesparlampen, Steckerleisten, Kühlschrankthermometer und Stand-by-Abschalter im Wert von bis zu 70 Euro. Energie einsparen? Check! Das ist sogar ökonomisch nachhaltig. Wie es jetzt rausgekommen ist, kann ich 268 Euro im Jahr sparen. Finde ich super. Und ich kann jeden Cent gebrauchen. Ich bin alleine als ich ein Vater von zwei Kindern. Ja, das ist eine schöne Aufgabe, den Menschen, die nicht so viel Geld haben oder den armen Menschen, könnte man auch sagen, zu helfen. Und das erfüllt dann auch den Job. Und es wird vom Beruf eigentlich schon zur Berufung, weil mir das auch ganz persönlich sehr viel Spaß macht. Nach drei Jahren Krankheit ist das der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben bei den Stromspartcheckern. Und der ist mir jetzt gelungen. Noch vor einem halben Jahr hat er selbst im Jobcenter gesessen und nur Absagen kassiert. Heute wirbt er hier um Kunden. So spart der Stromspartcheck nicht nur Energie, sondern es finden hier auch Langzeitarbeitslose eine Beschäftigung und Perspektive. Durch unsere Förderung wird das Projekt, das schon begonnen hatte, fortgesetzt. Die Stadt Neumarkt hat unseren Förderbetrag dann erhöht um 70.000 Euro, sodass das Projekt jetzt für die nächsten drei Jahre gesichert ist. Das ist ein Aspekt, der uns ganz, ganz wichtig ist, da Nachhaltigkeit kein Eintagspflege ist, sondern Nachhaltigkeit ist etwas Längerfristiges. Wenn Sie in Neumarkt unterwegs sind, heißt es also, runter mit den Kosten, ein Plus für die Umwelt. Mit der Allianz Umweltstiftung auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft.